Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es ein Video von mir, euren Parfümfreak. Ich habe wieder geshoppt. Es wird ein Unboxing. Es wird kein günstiges Unboxing. Es wird ein Blind Buy Unboxing. First Impression. Ich habe ein Duft von Tiziana Terenze bestellt und es heißt... Al contrario. Das machen wir ab sofort immer. Ich habe Schwierigkeiten mit Aussprache. Ich bekomme das nicht hin. Und dann habe ich mir gedacht, ich nehme Google zur Hilfe. Wieso nicht? Man muss sich selber helfen können als Frau und natürlich als Mann. Al contrario ist ein Duft, der heißt eigentlich Rückwärtsgang auf Italienisch. Der Duft ist unisex. Ich habe es blind bestellt, weil mich die Duftkomposition so angemacht hat. Das hat mich so richtig... Ich konnte mich nicht beherrschen. Das ist auch kein günstiger Duft. Und das ist ein teurer Duft für ein Blind Buy. Ich weiß nicht, was passiert, Leute. Lasst euch überraschen. Sollen wir uns erst die Duftkomposition anschauen? Ja, können wir schon machen. Ich packe es ohne euch aus. Ich möchte diesmal keinen Krach machen. Das sind ganz komische Duftkompositionen. Deswegen hat es mich ja auch angemacht. Kakaobohne. Ich zähle nicht euch alles auf. Ich füge es irgendwo, wenn ich hier Platz habe. Was mich jetzt richtig interessiert hat, war... Spitz! Kakaobohne. Malz. Steinpulver. Das hat mich interessiert. Wie riecht Steinpulver in der Duftkomposition und in der Fantasie von Parfümeurin? Ich denke, das ist eine Parfümeurin. Paola Terenzi macht eigentlich alle Düfte. So große Hintergrunderfahrung habe ich mit der Marke eigentlich gar nicht. Ich weiß nur, dass es ein saudeures Produkt ist. Und italienisch. Ja, was weiß ich noch. Ich weiß, dass die ganzen Namen eigentlich nach Astrologie und Sternzeichen basieren. Ja doch, das sind Sterne. Ja doch, eigentlich schon. Aber ich weiß jetzt bei dem Duft nicht, warum das jetzt Rückwärtsgang heißt. Also zurück, andersrum, im Gegenteil. Und dann haben wir Kakaobohne, Vanille, Haselnuss, Zuckerrohr und Sandelholz. Ich liebe Sandelholzdüfte. Ich erwarte, dass es ein Sandelholzduft wird, basierend auf nussige Akkorde, pudrig, cremig, aber dann mit so einem metallischen Metallton. Also nicht Metall, sondern doch, aber das ist so ein Stein, so ein Mineralgeruch. Gucken wir mal einfach. Ich packe es aus. Da ist ja noch was drin. Ich habe noch ein Duft bestellt. Von Serge Luton Dentalite. Ne, das wird auch nicht so ausgesprochen. Ja, schaut euch das mal an. Das habe ich total verpennt, dass ich den bestellt habe. Warum habe ich den bestellt, weiß ich nicht. Ich war jetzt so fixiert auf Tiziana Terenzi Duft. Das ist ein exakter Parfüm. Ich habe jetzt die Außenfolie schon mal weg, weil das so ein Krach macht immer. Die Verpackung ist, ja, ich weiß nicht, ob es euch interessiert. Das sitzt aber fest drinnen. Da ist eine Kappe da drin. Ja, solide Box. So sieht das gute Stück aus. Irgendwie... Irgendwie nicht so mein Ding. Das ist das ganze gute Stück hier. Das ist das Flakon. Und das ist die Kappe dazu. Die Kappe ist größer als das Produkt. Was soll ich sagen? Wenn ich sage, was soll ich dazu sagen, habe ich eigentlich keine gute Meinung dazu. Oder eine Meinung, die ich jetzt im ad hoc nicht aussprechen will. Wo sind denn eigentlich meine Tücher hin? Moment. Gut, Tuch habe ich jetzt bereit. Dann fangen wir einfach mal an. Oh, ich bin so gespannt. Ich bin so aufgeregt. Ich habe Herz... Es rast jetzt gerade. Wir gucken uns erstmal den Sprüher an. Das interessiert mich natürlich brennend. Ja... 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 Gute Sprühe. Das waren drei Sprühe. Oh... Ja... Okay... Hm... Das wird als Unisex deklariert. Hm... Ja... Ja... Die ersten fünf Minuten sind eigentlich, glaube ich, gar nicht Unisex. Oh... Ja... Man riecht es. Ich brauche meine Nase gar nicht hinzuhalten. Oh... Das ist ein guter Duft. Das sprengt mich jetzt nicht gerade sofort an. Aber das wird später, wenn er sich auf der Haut platziert hat. Das gefällt mir. Das hat aber so einen Alkoholstart. Aber da ist, glaube ich, kein Alkohol. Irgendeine Duftnote macht das sehr aggressiv für die Nase. Ich kann es jetzt nicht genau erkennen, ob das Alkohol ist. Oder ist es irgendwie eine Komposition da drinnen, der ein bisschen die Nase irritiert. Erinnert mich aber auch an einen Duft wieder. Hm... Muss man tragen. Oh ja... Wisst ihr, ich weiß nicht genau, aber ich habe diesen Duft erwartet. Es ist wirklich blind bei. Ich kenne den Duft nicht. Ich habe ihn auch nicht als Tester bestellt. Hätte ich auch machen können. Aber zur Zeit traue ich mich wirklich nicht, bei Parfumo Abfüllung zu bestellen. Und das war immer für mich ein Safe-Buy. Also, okay, die Flakons gehen ja noch, aber die Abfüllungen. Leute, verdirbt die Leute nicht die Abfüllungen. Es hat auch eine Citrische Note drinnen. Benzoid drinnen. Ich rieche die Haselnuss Note nicht, aber ich rieche die Malz Note. Ich habe den mineralischen Ton vielleicht mit der Alkohol Note ein bisschen irritiert gewesen. Meine Nase. Toll. Süß. Duft. Es wird zu einem süßen Duft. Also, je nach Haut wird es wirklich süßer Duft. Ich habe es gerade auf die Hand ein bisschen bekommen. Wow. Sehr schön. Also, ein richtig toller Herbstduft zum Ausgehen. Auffallen. Ich renke das in die Liga der Backer Rouge Reihe. Anziehend. Verführerisch. Ein Molekülduft. Also, das hat für mich so einen leichten Molekültouch. Jener Haut wird das wirklich ein Knüller. Und hoffentlich wird der nicht entdeckt. Nein, nein, nein. Weil bei Backer werde ich jetzt so traurig, dass das jetzt so Richtung Mainstream wird. Aber bei dem Duft erwarte ich hoffentlich. Also, ich wünsche mir nicht, dass es ein Mainstream-Duft wird. Das erinnert mich aber auch stark an Tom Ford Noir. Ja, ich bin mir nicht sicher. Es hat so einen Hauch. Aber es ist kein Dupe. Nein, nein, nein. Man riecht da. Ich habe auch Manifesto kurz drin gerochen. Aber halt. Nein, aber es ist kein Dupe. Nein, nein. Nicht falsch spielen. Das sind so. Die Duftkompositionen erinnern ein bisschen dran. Ah, ich freue mich den Duft zu tragen. Den werde ich diesen Herbst und Winter tragen. Winter. Wir haben ja jetzt Winter. Winter. Ich bin momentan nicht so der Herbst und Winter Duft trägerin. Aber den Duft nehme ich mit mir. Vielleicht Silvesterabend. Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Schöner Duft. Schöner Blind By. Also für mich ein gut ausgesuchter Blind By. Das gefällt mir. Wir können ja auch mal über Blind By Duftkompositionen ein Video drehen. Ich habe früher immer Neuheiten abgedreht. Momentan mache ich das nicht. Aber damals habe ich auch sehr viele Düfte vorgestellt, bevor sie erschienen. Und die haben sich wirklich zum Klassenschlager entwickelt. Vielleicht schaut ihr euch mal die alten Düfte an. Ihr werdet es dann sehen, dass die Düfte, die ich euch vorgestellt habe, wirklich zurzeit so einen richtig guten Hype haben. Dann gehen wir mal weiter. Ich möchte natürlich Serge Duton Duft auch testen. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich weiß es nicht. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass es die Bestellung ist schon. Jetzt macht es wieder krass. Sorry, ich habe es wieder vergessen. Aber jetzt bin ich schon dabei. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe bei dem Duft beim Bestellen. Das ist schon ein Monat her. Sollen wir mal schauen, wie das ausgesprochen wird? Das ist bestimmt wieder französisch. Dantelay. Ich liebe es. Absolut mache ich das nur so. Ich hoffe, es macht euch auch so Spaß. Moment, nochmal. Dantelay. Perfekt. Ich muss es gar nicht selber versuchen. Das heißt Milchzahn. Okay. Milchzahn. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Wir schauen uns das einfach an. Ich habe jetzt den Sprüher drauf geschraubt. Jetzt kommt der Deckel weg. Gut zudrehen, dass nichts passiert. Ich habe mir hier drauf geschraubt. Ich habe das einfach mal die Zahnarzt. Ich habe es mir dabei gedacht. ein toller außergewöhnlicher Duft. Schauen wir uns die Duftkomposition an. Aldehyd, Kokosmilch, Mandelblut. Wow, was habe ich mir bei meinen wirren erkrankten Kopf damals gedacht. Wow, 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 das kribbelt wieder. Ich habe Kribbel am Kopfhaut. Man riecht in Aldehyd, deutlich. Es hat eine frische, es hat eine klare Note in Sicht. Mandel, ich rieche, weiß ich nicht, ob ich Mandel rieche, aber Mandel in irgendwie eine Art, wo ich noch nie gerochen habe. Mandel wird so oft in Süße gepackt, in, ähm, das ist eine kalte Mandel. Blut rieche ich nicht raus. Ne, ich weiß wie Blut riecht. Ich arbeite im medizinischen Bereich. Ich habe so viel mit Blut gearbeitet. Ich möchte euren Magen jetzt nicht verdrehen. Ich habe Blut-on-Mass vom Körper eines Patienten rausfliegen gesehen. Ähm, Blut riecht so nicht. Nein, das darf ich nicht erschrecken. Wahnsinn, cremig, frisch, anziehend. Wow, den Duft würde ich so gern jetzt aufsprühen, so gern. Das ist sogar besser als das andere jetzt. Wow, wow. Mich hat es jetzt umgebeamt, Leute. Mich hat es jetzt weggetelepetiert. Also ich bin jetzt weg. Saint-Jean-Lautant. Ihr müsst den Duft mal... Ne, ich trau mich gar nicht zu sagen. Besorgt euch eine Abfüllung, weil ich zur Zeit wirklich Angst habe, diese Empfehlung auszusprechen. Aber Wahnsinn. Das kommt in einer Verlosung rein. Eine Abfüllung von dem Duft. Wenn es dich wirklich interessiert, ich möchte das abfüllen. Euch meine Begeisterung einer von euch teilnehmen lassen. So was habe ich selten Gutes gerochen. Das ist ein Meisterwerk. Das ist ein Meisterwerk von einem sehr guten Parfümeer. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die Haltbarkeit ist, aber das wird halten. Ich bin hundertprozentig sicher, dass das auf meine Haut hält. Ich kann es leider jetzt nicht aufsprühen, weil ich habe noch ein Video in Planung, den ich jetzt heute noch abdrehe und die möchte ich auf der Haut tragen, weil das sind von zwei YouTuber, die ich testen möchte mit euch zusammen. Und da möchte ich jetzt nichts aufspülen und was mich ablenken könnte. Super, super tolles Unboxing, Nischendüfte. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war für mich ein super toller Unboxing. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Sag einfach Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Küsschen.